So, Freunde, herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5, da haben wir jetzt schon eine Weile nichts mehr, ist, oder beziehungsweise hat ja den Grund, viele fragen mich, oh, wann kommt denn mal wieder Bloons, und ich habe einfach keine Lust mehr auf das Spiel, das ist langweilig geworden, ich habe jetzt schon über 200, wie haben wir nachgucken, über 250 Parts, glaube ich, rausgehauen, und mit diesen paar Towern, die man da mal hat, das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich ohne Ende, irgendwann wird es einfach langweilig, aber ab und zu, genau, 250 Parts habe ich da rausgehauen, davon ist es einfach dummerweise langweilig, also du kannst noch so viel zufällige Missionen und Koop-Dinger reinbauen, wie ihr willst, irgendwann ist es einfach langweilig, finde ich, also ich weiß nicht, wie ihr euch das die ganze Zeit angucken könnt, aber vielleicht macht es aber auch angucken, mehr Spaß als selber spielen, weil da musst du halt immer warten, musst du warten und warten, bis die irgendeine Leute irgendwann mal gerade beim Koop immer ready sind, ähm, ja, deswegen kommt da so ein bisschen weniger ab und zu, mache ich es mal wirklich, wenn ich Lust habe, oder wenn irgendeiner was schreibt, was ich möchte, angucken mit euch gemeinsam, weil das eventuell ja auch noch nicht wisst, und zwar genau diesen Fall gibt es gerade, jetzt habe ich mal den Tag wieder zugemacht, kann mal ganz kurz die Mail abchecken, ähm, Einer meinte, ich möchte diesen Namen nicht nennen, vielleicht möchte er das ja nicht, hat unter dem 24. Part geschrieben, jetzt könnte ich selber nachgucken, ähm, das 03 Superaffen, also die Roboaffen, besser sind als Plasma-Strahlaffen, ähm, sie können zwar keine Lead-Bloons kennen, hat er geschrieben, allerdings können sie Camo-Bloons entdecken, also unsichtbare Bloons, und das würde ich doch gerne einmal testen, Superaffen, auf Roboaffen-Strahlo-Strahlaffen-Strahlaffen-Strahlaffen-Strahl, äh, Roboaffen-Strahlaffen-Strahlaffen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahl-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-Strahlen-S пропanno-Strahlen-Strahlen. Scharfschützen auch, das ist auch doof, irgendwie ist alles doof, dann nehmen wir mal ihn mit. So, dann schauen wir mal, was für eine finanzielle Map machen können, um das zu testen. Wir könnten machen Kamobloons Z-Faktor Z-Faktor auf Mittel Schnellstricke lassen wir Und dann gucken wir uns das einfach mal an Bin ich ja wirklich gespannt was das wird Da muss ich ja später Das ganze Zeug hier vorne verkaufen Oder ich baue jetzt einfach einen super Affe hin So Irgendwas was noch Tarmloons entdecken kann Pack mal einfach mal so einen kleinen Affen hier hin Pack mal den mal hier hin So So glaube ich erstmal reichen Sind ja nur 65 Runde ist ja nicht allzu viel Kann man gerne mal eine Bananeplantage hinsetzen Hier so hin Das hier geht auch vielleicht auch noch wieder Zurück gestoßen werden dann später Ach ich liebe Schnellstrecke mit Ja die können schon mal die Lieblings richtig Da muss ich schon mal die Kamobloons kaputt machen Wir können Wie kann man das dann am besten testen Das ist echt eine gute Frage Die können dann kein Lieblingskaput Und wir können eine Kanone da hinsetzen Das hat ja auch geschrieben Dass man eine Kanone einfach nach hinsetzen könnte Davor könnte man machen Ja Ich mag keine Kanonen Kanonen sind Keine Ahnung Die stinken die Kanonen Und jetzt aber trotzdem Was Was denn das da Fette Kanone Fette Qualle So Extra Reichweite Splitt Ja Jetzt kann er ein bisschen Dinger angreifen Das ist richtig Super Reichweite Also auf 0,3 Muss man erstmal hinsetzen Soll ja besser sein Also müssen wir da So ein bisschen Geld An An Land schaffen Na Monumentale Reichweite Gleich Ja noch sieht es ganz gut aus Äh So war ziemlich stark Jetzt kann er da unten Auch noch ein bisschen was angreifen Da werden wir noch ein paar Noch ein paar weitere Kleine Äffchen hierhin packen So machen wir wieder weiter hier Noch ein bisschen Verteidigung Sonst kommen die ja wirklich noch durch Das wäre ätzend Wir können auch noch Ein Affenloch hinsetzen Ist noch ein bisschen günstiger Gerade der Robo Auf jetzt mit 9000 Ist schon ziemlich teuer Und ich mach einfach mal Bananenplantagen Witzig, dass jetzt keine Bananen Hingehauen hat Witzig Total Dober Bananenbauer Ich hab mich nicht Keine mehr Müsste ich mehr Welche kaufen Dann später 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 8000 Fehlen noch für den Roboaffen Und dann müssen wir es ja eigentlich Sehen dass er Ja das ist natürlich ganz doof Was immer hier unten Hier oben bei den Zahlen sind Aber ich denke Wo die Robo die die kaum Bluts kann man trotzdem Erkennen Heftig Die zerstört werden Ja das sind keramik Das ist natürlich sehr ärgerlich Ja 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 Okay da ist er zumindest Zurückgestoßen worden Sehr schön So rohe Affe Komm her Hier steht natürlich nicht da Zer Hälfte Super ab und zu Hälfte Todbringer Killerroboter Da steht nichts davon Von wegen kann Kamu bloß entdecken Jetzt wir nur noch 2000 Also in 1 bis 2 Runden 1.500 Okay nächste Runde Oh Regrooves Ja die können Okay doch jetzt Oh Affe Da ist er Dann schauen wir mal Wir müssten die mal Ganz kurz wegnehmen Wir müssten jetzt irgendwas Jetzt kann natürlich Keine Kamu Kamu Liebt uns kaputt machen Ist ja klar Aber Noch kommen wir keine Kamus Ich pack mir den auch noch Ganz kurz weg Können wir sie weiter hinterpacken Den ja auch noch Die kann ruhig weiter hinten kommen So Ja Noch sehe ich keine Kamus Oh Moment 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 So Weil jetzt gleich der Moab Kommt die Runde Noch sich immer noch Keine Kamus Die dann lang kommen Also noch normale Bloons Aber irgendwann werden wir hier kommen Irgendwann kommen welche Und wenn jetzt hier noch Immer noch keine kamen Dann wissen wir Die wurden immer getötet Ja Keramics Da Und Wie man sehen kann Roboaffen können keine Tarnbelons angreifen Ist also wieder einmal gelogen gewesen Von irgendjemanden der meint Das spiel zu kennen Seht ihr Seht ihr RoboA53 Kann keine Kamus angreifen Ja Das werde ich ihm gleich einmal unter das video schreiben Gleich mal den link auf machen Alle kommentare ansehen Und dann Und dann Zack Sehr schön Aber laserstrahlen Gleich Wir werden hier auf jeden fall Ja Kann man aber benutzen Das Affendorf So dann schreibe ich ihm mal Die können keine Leads killen Aber die haben die heute Ich bessere Moop und Keramik Popping Tower Und jetzt einfach eine Kanone Einfangen Außerdem können Robos Kamu sehen Habe es gerade getestet Roboaffen können Keine Kamus Sehen Punkt So Gut Dann machen wir hier weiter Wir machen Laserstrahlen Dann machen wir eine Plasmastrahle Und dann ist er eine Killermaschine Ohne Ende So Zack 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 Jetzt kommt dann nicht mehr wirklich an Durch Affenleucht Vorher machen wir noch Dschungeltrommeln Ja So was mache ich gerne Leuten zu beweisen Dass etwas nicht stimmt Weil ich so ein bisschen witzig finde Jetzt können wir noch Radarskinder machen Da kann er wirklich angreifen Die Kamus Radarskinder Zack Jetzt ist er wirklich eine Todesmaschine Der kleine Roboaffe Dann machen wir gleich noch ein Eistower hier Müsste der in der Mh Wo ich es gerne da vorne hin machen Wurde ehrlich gesagt Zack So die einer durchkommen Dann geht mit Ärger Machen wir gleich noch arktischen Wind Ist besser als Eisbrocken Finde ich gerade Aber ein bisschen langsam So wo ist man gedacht Mal Mauskass Ich muss hier sogar noch ein Hinsitzen Dummerweise Aber doch nicht Eigentlich wird ja schon Kamus sehen können Aber ist egal Das kann auch mal Das kann auch mal eine Roboaffe machen Das kriegt der auch hin Das kann auch noch 80 Geräte Ja genau ein paar Kamen Blut poppen Wollten wir ja nur jetzt testen Ob das so funktioniert Und wie gesagt Es hat nicht funktioniert Aber hätte sein können Durchaus Also Ich habe jetzt nicht ursprünglich gesagt Dass es nicht geht Ich wollte ja extra testen Mit euch Gibt ja öfters mal was Was nicht da steht Also Kann sein Dass er Kann Es kann sein Dass er die Die Robo-Hütte Offen Die Die Superaffenhütte hat Können wir mal angucken Ob die dann Spionage Tarnbluts sehen können Ich gehe mal stark davon aus Es ging irgendwie Dass wir da Tarnbluts dann sehen können Dann Ja aber dann ist es das Haus Und nicht die Roboaffe Der dann stark ist Warte mal hier noch Viraler Frost Auf geht's Es gibt richtig Ärger Gut ja Das waren sieben Runden Dann war es mal wieder Eine Blutfolge gewesen So ab und zu macht Eine Blutfolge Ja auch Spaß Aber nicht jeden Tag Und dann die Koop Weil Koop stinkt langweilig Wenn ich dann eine halbe Stunde Auf euch warten muss Auf die meisten Also nicht Das heißt jetzt nicht Dass ich Koop nie wieder machen werde Aber Jetzt erstmal nicht Hab wir genug Koopfolgen gemacht Ist ja auch nicht gerade wenig gewesen Was ich da gemacht habe Oh Gott oh Gott oh Gott Ach her Der Roboaffe hat ja Durch mein Affenhäuschen Eine wesentlich höhere Range Und damit sollte er auch da unten Ganz easy alles killen können Ähm Wir können aber auch Ein Ninjaaffen hier hinsetzen Die so ein bisschen Die Gegner wieder zurückschleidern Oh zack Und noch einen Dann denke ich mal nicht Dass hier noch einer durchkommen wird Jetzt kommt die gefährlichste Runde Also früher die gefährlichste Runde Mittlerweile ist ja wirklich Käse Wenn man hier weiß Wie man dagegen zu kämpfen hat Schön mit einem Eistower Eisbrocken und Eistower Da hast du 63 Runden eigentlich gewonnen Das ist total easy Man braucht nur noch Eisbrocken Weil die sind so nah beieinander Dass die alle geploppt werden Ich habe jetzt natürlich Also viraler frost natürlich noch besser Also aktisch eine viraler frost Und das ist die letzte Runde 65 Runde 207 206 Leben Okay Habe ich einfach 207 Leben gehabt Heftig 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 Da werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit Sehen Dass Superaffen Dings angreifen können So ich habe mal wieder ein Silbermädchen geholt Äh eine Silbermedaille geholt Ne nicht freispiel Das wollte ich jetzt nicht So dann schauen wir nach Ich bin mir ziemlich sicher Superaffen Da ist das Superaffen versteckt Also die Reichweite Superaugen können Tarnbloons entdecken Das ist also dieses Holzchen Was er hier aktiv hat Ähm Ist es aber überhaupt nicht wert Weil das einfach mal 7.500 kosten Bis dahin Es ist überhaupt Wirklich überhaupt nicht wert Dann die man Affen dürfen hinsetzen Und ja Gut Das war eine These Widerlegt gewesen Dass Robos ursprünglich Kamus sehen können Mit dem Haus Ja Oder dem Haus Nein Alles klar Freunde Falls ihr noch solche Dinge habt Dann könnt ihr die gerne mal schreiben Dann kann ich die gerne natürlich testen Äh Wenn ihr davon wirklich tausendfach überzeugt seid Dass das so ist Ähm Davon gibt es hier aber nicht wirklich viel Denke ich mal Weil das ist ein recht übersichtliches Spiel Ich freue mich einfach mal schon auf BTD6 Falls es einfach mal kommen sollte Aber ich glaube Ninja Kiwi Äh Will sich erstmal Will erstmal BTD5 ausquetschen Mit Geldmäßig Und irgendwann Irgendwann ein paar Jahren Vielleicht BTD6 rausbringen Aber Gut Dann lasst uns überraschen Ähm Wenn ihr irgendwie Infos habt Wegen BTD6 Dann mal hier damit Dann freue ich mich natürlich drauf Die schon mal vorab zu haben Falls da irgendwie ein Release Datum Oder irgendwie Planung Oder vielleicht gibt es das auch gar nicht Wer weiß Weil es Ninja Kiwi das schon mal angedeutet hatte Und ja Gut Dann würde ich sagen Vielen Dank für's Zuschauen Leute Bis zur nächsten Folge von Bluts Wenn ihr mal wieder kommt Und ja Bis dann Ciao Ciao